Mein Name ist Alexi Graf, ich bin Produktionsleiter hier. Wir produzieren hier im Standort Lipsheim die meisten Lüftenprodukte. Gagenau bietet zwei Serien ein, die Serie 200 und die Serie 400. Die Serie 200 ist eher eine gängige Bauform in einem zeitlosen Design und die Serie 400 bietet alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Es gibt da Tischlüftungen, es gibt Muldenlüftungen, es gibt Deckenlüftungen, es gibt Wand- und Inselessen. Mein Name ist Yves Le Mans, ich leite die Entwicklung der Gagenau-Fabrik. Eine Lüftung ist extrem wichtig, weil beim Kochen entsteht Dampf, entsteht Rauch, entsteht Fettpartikel und auch Gerüche. Und das möchten Sie so schnell wie möglich eigentlich absaugen. Das Besondere ist, dass wir hier die komplette Kochkompetenz besitzen und somit auch die Geräte im realen Test, also mit verschiedenen Kochrezepten und mit verschiedenen Kochvorgängen testen. Wir haben hier vor Ort alle Kompetenzen, um die komplette Lüftungsgeräte zu entwickeln, sowie auch die Anlagen und die komplette Tests durchzuführen. Der modulare Aufbau der Serie 400 ermöglicht uns, neue Technologien und neue Designs in den nächsten Jahren sehr einfach einzuführen. Die ganze Serie 400 kommt von Profiküchenlösungen, wo wir da umgesetzt haben, um die ganze Effizienz im Kunde zu geben. Die Produktion entsteht von viel manueller Arbeit, viel Justage und Qualitätsanforderungen, insbesondere mit Material, sowie Aluminium oder viel Edelstahl. Beispiel jetzt für die Wand- und Inselessen, die 3 mm Edelstahlblende. Die Produkte erwarten viel Qualität und auch viel Emotion. Die Produkte erwarten viel Qualität und solche Mitch dafür dafür. Untertitelung des ZDF, 2020